Herzlich Willkommen in Ihrem neuen Zuhause in Beilte im Kanton Glarus. Unser Neupair-Projekt ist von der Alpe umgehend und liegt auf halbem Weg zwischen dem Ober- und dem Wallensee. Es richtet sich an Mieter, die ruhige Wohnlagen in der Natur suchen. In diesem Video stellen wir Ihnen die attraktiven Wohnungen vor. Kommen Sie doch gleich mit! Wie Sie sehen, sind die Wohnungen sehr grosszügig. Jede Wohnung ist mindestens 16,80 m2 gross und die 5,5 Zimmer Wohnung hat 169 m2 Wohnfläche. Die Küchen haben alles, was einen modernen Haushalt braucht. Die Wohnungen haben 3,5, 4,5 und 5,5 Zimmer und die Mieten starten bei 1750 Fr. Die Wohnungen haben 2 Badezimmer. Die Wohnungen haben 2 Badezimmer. die Dusche und das andere mit einer Badewanne. Auch eigene Waschtürme gehören zu jeder Wohnung dazu. Bodenheizungen, grosse Balken und Terrassen runden 2 Angebote im Wilden ab. Der Ausblick spricht für sich selber. Die grosszügigen Wohnungen machen das Leben definitiv angenehm. Dank der Lage, mitten in der Natur haben Sie hier unzählige Möglichkeiten zur Entschleunigung. Haben Sie Interesse an diesen Wohnungen? Dann kontaktieren Sie uns doch noch heute per Telefon oder per E-Mail. Wir freuen uns auf Sie! Spannungsgeladene Untertitelung des ZDF, 2020